Es ist mir eine Ehre, euch den Schöpfer der Hungerspiele höchstpersönlich vorzustellen. Dekan Kasker Highbottom. Ich habe euch alle zum zehnten jährlichen Tag der Ernte versammelt, an dem wir aus jedem Distrikt zwei Kinder auswählen, um bei den Hungerspielen bis zum Tode zu kämpfen. Aus Distrikt 12, Lucy Gray Baird. Dieses Jahr gibt es eine Änderung. Ihre Aufgabe als Mentor, Mr. Snow, ist es, aus diesen Kindern Sensationen zu machen. Keine Überlebenden. Was macht mein Mentor außer mir Rosen zu bringen? Ich gebe mir Mühe, dir den Rücken zu stärken. Du willst mir in dieser Arena den Rücken stärken? Dann glaub erstmal daran, dass ich gewinne. Ich bin Lucky Flickerman, allererster Moderator, der Hungerspiele. Emissen Sie die Show. Fünf, vier, drei, zwei. Emissen Sie die Show. Laufen. Emissen Sie die Show. Siehst du, was dort drin geschehen? Wie schnell unsere Panik davor zur Beute zu werden, Raubtiere aus uns macht. Wie schnell die Zivilisation verpufft. Von Natur aus wohnt in uns allen das Gute. Wir können die Grenze zum Bösen übertreten. Oder nicht? Hörst du das, mein Junge? Dieses Geräusch macht Schnee, wenn er fällt. Wie wunderbar, dass wir dabei sein dürfen, wenn jemand zum letzten Mal auftritt. Es geht nicht bloß um Siegen. Es geht einfach immer um Siegen. Wir sind Monster, alle miteinander! Still gestanden! Es sind die Dinge, die uns am allermeisten bedeuten. Die uns zerstören.